Kurdistan? Was ist das und wo liegt das überhaupt? Das ist eine Frage, die ich in beängstigender Regelmäßigkeit von irgendwelchen Trollen gestellt bekomme, sobald ich irgendwann mal ein Video mache zum Thema Kurdistan oder zu den Kurden. Sogar wenn ich das Wort Kurdistan gar nicht darin verwende. Aber um ein für alle Mal diese Frage zu klären, was ist Kurdistan und wo ist Kurdistan, habe ich mir diesen Alexander Schulatlas besorgt und will dieser Frage ein für alle Mal nachgehen. Und wenn ihr jemals in Social Media wieder jemanden trefft, der euch provokativ fragt, was ist eigentlich dieses Kurdistan oder zeigt mal Kurdistan auf einer Karte, dann zeigt ihm dieses Video. Wir könnten es uns wunderbar einfach machen und einfach in den Duden schauen, denn das ist natürlich die erste Möglichkeit zu definieren, was ein Begriff bedeutet. Und im Duden stehen ein paar Worte dazu, was Kurdistan ist. Und zwar heißt es im Duden, Kurdistan ist ein Bergland in Vorderasien. Toll, wunderbar definiert. Es gibt nichts weiteres zu sagen. Das Video ist heute etwas kürzer als sonst. Natürlich nicht. Denn obwohl das stimmt, es ist absolut nicht falsch, was da steht im Duden. Es ist ein Bergland in Vorderasien. Und das ist auch so die gröbste Definition, die man überhaupt nur machen kann. Vorderasien umfasst den ganzen Nahen Osten und Bergland ist so wunderbar undefiniert, dass es fast überall dort sein könnte. Und deswegen habe ich mal auf die Wikipedia geschaut. Die hat nämlich eine weitere Definition, die allerdings auch schon viel von der Diskussion vorweg nimmt, um die es hier heute gehen soll. Die Wikipedia schreibt dazu, Kurdistan ist ein nicht genau begrenztes Gebiet in Vorderasien, das als historisches Siedlungsgebiet der Kurden betrachtet wird. Einige der Staaten, über die sich dieses Gebiet erstreckt, vermeiden die Bezeichnung Kurdistan oder verbieten den Gebrauch des Begriffes sogar. Sein Gebrauch wird hingegen von breiten Schichten der kurdischen Bevölkerung gefördert bzw. gefordert. Und genau das ist das Problem mit diesem Begriff oder bzw. das Problem, das um diesen Begriff herum gebracht wird. Der Begriff ist politisch aufgeladen. Da müssen wir uns gar keine Illusionen machen. Das ist so. Und das führt dazu, dass die einen Leute sagen, man darf dieses Wort auf gar keinen Fall benutzen und andere sagen, man muss dieses Wort auf jeden Fall benutzen. Und das ist so ein bisschen schon mal, kann ich vorwegnehmen, so die Grundgeschichte dieses Videos. Wie man macht es, man kann es nur falsch machen für irgendwelche Leute. Die erste Erwähnung des Wortes Kurdistan als Bezeichnung für ein Land, die finden wir im 11. und 12. Jahrhundert, und zwar in Aufzeichnungen der Seltschuken und auch in armenischen Aufzeichnungen. Der Name Stan, der deutet schon darauf hin, dass damals Persisch die große Sprache der Gebildeten waren in fast der ganzen muslimischen Welt. Stan bedeutet auf Persisch eigentlich nur Land. Und Kurdistan bedeutet Land der Kurden. Also man sieht noch in der ganz Zentralasien ganz viele Länder, die mit Stan enden. Also man hat Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan, Kurdistan passt da in diese Reihe rein. Es geht aber im Osten auch noch weiter bis Pakistan, Beluchistan. Und ein bealteter Name für Indien ist Hindustan, Land der Hindus. Also man sieht, Kurdistan als Name reiht sich in eine ganze Reihe von asiatischen, südasiatischen, mittelasiatischen Ländern ein, die im persisch geprägten Kulturraum zu finden waren. Und, und das ist eine ganz wichtige Information, die bis heute gilt, Kurdistan war nie wirklich fest definiert. Es gab nie eine Karte, die ganz genau eingezeichnet hat, das ist Kurdistan und da fängt Kurdistan an und da hört Kurdistan auf. Es war immer eine ungefähre Bezeichnung, die etwa das Siedlungsgebiet der Kurden bezeichnen sollten. Und dass das natürlich immer ungenau ist, das erschließt sich von selbst. Denn ist Kurdistan, wenn ein Kurde außerhalb seines Stammesgebietes zieht und was weiß ich in die USA zieht, ist das dann auch Kurdistan? Kurdistan? Natürlich nicht, aber ich möchte dafür sensibilisieren, dass es keine wirklich genau festgelegten Grenzen von Kurdistan gibt. Das führt dazu, dass wir eine ganze Reihe von verschiedenen Karten haben, die im Internet kursieren, die von verschiedenen Gruppen, verschiedenen Organisationen benutzt werden, wie groß Kurdistan eigentlich ist. Und das ist wunderbar, weil diese Karten sagen fast nichts aus. Es gibt ganz minimalistische Karten, wo es wirklich nur ein relativ kleines Gebiet ist. Es gibt Karten, die ich gesehen habe, da reicht Kurdistan bis ans Mittelmeer. Es gibt Karten, die ich gesehen habe, da reicht Kurdistan bis an den Persischen Golf. Ich habe Karten gesehen, wo Kurdistan noch Teile von Armenien und von Georgien beinhaltet hat. Das sind alles, sage ich mal, Definitionssachen und ein großer, großer Streitpunkt innerhalb der kurdischen Gemeinde, wie auch zwischen kurdischen Gruppen und, sage ich mal, Regierungen in anderen Ländern. Was man sagen kann, ist, dass egal in welcher Definition von was die Region Kurdistan, das Gebiet Kurdistan ist, dass es sich über mindestens vier Staaten erstreckt, heutige moderne Staaten, nämlich die Türkei, den Iran, Irak und Syrien. Und das hat sehr viel mit Kolonialismus zu tun, mit europäischen Grenzziehungen. Da werde ich wann anders mal drauf eingehen. Aber das ist die Situation, die wir heute haben. Die Region Kurdistan ist verteilt über mehrere Nationalstaaten. Wenn wir hier zum Beispiel den Alexander Atlas aufschlagen, sehen wir, hier ist Kurdistan mal so eingezeichnet, beziehungsweise gar nicht eingezeichnet. Es ist eher erwähnt. Hier ist es einmal so etwa im Südosten der Türkei aufgezeichnet. Das hat aber damit zu tun, dass die Karte einfach ein bisschen weiter östlich endet. Hier sehen wir, liegt der Schrift zu Kurdistan schon wieder ein bisschen anders. Also auch der Alexander Atlas zeigt, Kurdistan ist nicht genau umrissen. Was ihr aber jetzt auf jeden Fall machen könnt, ist, ihr könnt eine Karte nehmen. Ihr könnt einen Alexander Atlas, der in den Schulen in Deutschland verwendet wird, nehmen. Und wenn jemals wieder jemand sagt, aber Kurdistan, wo ist denn das auf einer Karte? Das ist doch nirgendwo auf einer Weltkarte. Dann könnt ihr entweder den Atlas nehmen und es ihm zeigen. Oder aber ihr zeigt ihm dieses Video und ich zeige es ihm. Der Name Kurdistan bedeutet aber auch noch mehr. Denn neben diesem nicht genau definierten Gebiet, von dem wir gerade geredet haben, ist Kurdistan auch der Name von zwei ganz offiziellen Verwaltungseinheiten. Und zwar im Irak und in Iran. Die bekanntere wahrscheinlich ist die autonome Region Kurdistan im Norden des Irak. Das ist in der Verfassung des Iraks verankert. Der Name Kurdistan ist da festgelegt für diese Region. Die Region hat eine eigene Regierung, einen eigenen Präsidenten, ein eigenes Parlament, eine eigene Flagge, eine eigene Nationalhymne, eine eigene Armee. Es ist sehr nah an dem, was wir als Staatlichkeit im modernen Sinne bezeichnen würden, ist aber noch offizieller Teil des Irak. Aber hat den Namen autonome Region Kurdistan. Also auch da auf einer Karte einfach drauf schauen, Norden im Irak, da liegt ganz offiziell Kurdistan. Ein anderes Kurdistan liegt relativ genau nebenan und zwar im Westen des Iran. Da ist nämlich die Region oder die Provinz Kurdistan. Also im Deutschen wird sie oft mit O geschrieben, aber je nachdem, wie man es ausspricht, Kurdistan, Kurdistan. Das ist eine relativ kleine Region da. Kurden leben natürlich nicht nur dort, aber dort bilden sie auf jeden Fall die Mehrheit. Und auch dort ist es völlig normal, dass es als die Region Kurdistan bezeichnet wird. Was auch damit zu tun hat, dass, sag ich mal, die Unterdrückung der kurdischen Kultur und genau der kurdischen Sprache insbesondere im Iran ein bisschen schwieriger ist. Denn die kurdischen Sprachen, die im Iran gesprochen werden, das sind Sprachen aus der Sprachfamilie der iranischen Sprachen. Und deswegen auch relativ nah mit dem Persischen, dass die offizielle Amtssprache ist, verwandt. Und wenn man versucht, diese Sprache zu verbieten, dann würde das schwierig werden, wenn man eine Sprache verbietet, die so nah mit der offiziellen Amtssprache verwoben und verwandt ist. Deswegen auch ein anderes Thema. Aber deswegen haben wahrscheinlich auch Kurden im Iran nicht mehr politische Rechte an in anderen Gebieten. Aber es wird oft gesagt, dass sie mehr kulturelle Rechte haben. In der Türkei, wo die meisten Kurden leben, da ist das Ganze schon schwieriger. Denn da wurde unter anderem sogar die kurdische Sprache kriminalisiert. Und die Erwähnung des Wortes Kurdistan kann da zu Verhaftungen führen. Was ironisch ist, denn die Türkei hat relativ gute Beziehungen zur autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Also Handelsbeziehungen und so weiter. Also man kriminalisiert das Wort Kurdistan, hat dann aber Beziehungen mit der Region Kurdistan. Und ganz besonders, der türkische Premierminister war ja mal, saß am selben Tisch wie der Präsident der Region Kurdistan. Und der türkische Premierminister saß neben offiziellen kurdischen Flaggen. Und als Massoud Basani, der Präsident damals der autonomen Region Kurdistan, in der Türkei als Staatsgast war, da wurde die kurdische Flagge sogar am Atatürk-Flughafen gehisst. Also das ist so relativ, sage ich mal ein bisschen schizophren, dass man einerseits die Flagge hisst bei offiziellen Staatsempfängen und Besuchen, andererseits versucht das Wort Kurdistan im normalen Sprachgebrauch zu verbieten. Und das führt so weit, wie man es 2017 gesehen hat. Da war im Parlament ein Abgeordneter der HDP, der Partei der Völker, und der hat in einer Rede das Wort Kurdistan verwendet. Und wurde dafür bestraft, er wurde ausgeschlossen von Parlamentssitzungen, ihm wurde das Gehalt gekürzt und so weiter. Und, aber eine ganz besondere Szene, die ich euch gleich zeigen werde, er wurde gefragt, ja, Kurdistan, wo liegt denn eigentlich dieses Kurdistan? Und was hat er gemacht? Er hat auf sein Herz gezeigt und hat gesagt, da liegt Kurdistan. Also wir sehen, dass es eine sehr emotionale Thematik ist, die auch emotional beantwortet werden kann, Kurdistan auf einer Karte zu zeigen. Also wenn er jetzt gesagt hätte, dass es Kurdistan ist, der südöstliche Teil der Türkei, uh, dann hätte er richtig Ärger bekommen. Dann wäre er wahrscheinlich jetzt im Gefängnis für Terrorvorwürfe oder ähnliches. Aber die Antwort war eine, sag ich mal, relativ kluge Antwort auf eine Fangfrage, die aber schon, sag ich mal, die ganze Problematik zeigt und insofern symbolisch für die Frage stehen kann, wo Kurdistan denn genau ist. Auch in Syrien ist diese ganze Frage kompliziert. Wie könnte man es anders denken? Denn das Gebiet, wo die Kurden hauptsächlich in Syrien leben, im Norden, Nordosten und so weiter, das heißt oder wird oft als Rojava bezeichnet. Und das ist gar nicht so falsch, aber es ist auch nicht komplett richtig. Es ist kompliziert. Rojava bedeutet im Kurdischen so viel wie der Westen, Land des Sonnenuntergangs und so weiter. Auf jeden Fall ist es kurz für Westkurdistan. Rojava zu benutzen, das hat sich in den westlichen Medien so eingebürgert für die von den Kurden kontrollierten Teile des syrischen Staates. Es ist aber auch ein bisschen problematisch. Und zwar gibt es verschiedene Gruppen, die das kritisieren. Zum einen gibt es den Kritikpunkt, dass Rojava, wenn man dieses Wort immer nur verwendet, dass man dann nach und nach, sag ich mal, die kurdische Identität verheimlichen würde, weil man nicht Westkurdistan sagt, sondern immer nur Rojava, Rojava und das Wort und die Bezeichnung Kurdistan so irgendwann wegfallen würde. Ein anderer Kritikpunkt, den ich auch schon gehört habe, ist, dass die Verwendung des Wortes Rojava sehr stark von der in Syrien, in syrisch-kurdischen Gebieten herrschenden Partei PYD, dass das vereinnahmt worden wäre und dass Rojava ein Begriff wäre, der zeigen würde, dass man, sag ich mal, den Sprachgebrauch der PYD übernehmen würde und dass man lieber Kurdistan, Westkurdistan sagen soll. Das sind alles Kritikpunkte und das sind alles Diskussionen innerhalb der kurdischen Community. Und ein anderer Punkt, der noch dazu kommt, also als wäre das nicht schon kompliziert genug, die PYD, die dort regiert, auch die hatte Probleme, wie sie diesen Regierungsbereich von ihr bezeichnen soll. Denn Rojava, wie sie es davor genannt hat, ist halt tatsächlich eher, ist ein kurdisches Wort und ist die Bezeichnung für den Ort, wo die Kurden da wohnen. Als die YPG immer weitere Gebiete vom IS erobern konnte oder befreien konnte, besser gesagt, da kam die PYD dann zum ersten Mal über Herrschaftsbereiche, die nicht primär von Kurden bewohnt sind, sondern von assyrischen Christen, von Aramäern, von Arabern, von Turkmenen und so weiter. Und wenn man da sagen würde, ihr seid jetzt Teil von Rojava, das könnte dazu führen, dass man sich kolonialisiert fühlt, dass man sich jetzt fremdbeherrscht fühlt. Und das wollte die PYD vermeiden. Auch einer der Gründe, warum die YPG Teil der Syrian Democratic Forces sind, wo sie gemeinsam mit nicht-kurdischen Truppen, mit arabischen Truppen, mit christlichen Gruppen und mit turkmenischen Truppen und so weiter kämpfen. Und genau deswegen hat sich die PYD dafür entschieden, dieses Gebiet nicht offiziell als Rojava zu bezeichnen, sondern heißt jetzt offiziell, zumindest auf Deutsch übersetzt, Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien. Und das ist natürlich ein sehr sperriger Begriff, ein sehr technokratischer Begriff, ein sehr komplizierter Begriff. Und kompliziert ist auch passend, weil diese ganze Thematik, wie ihr mittlerweile hoffentlich gemerkt habt, genau das ist sehr, sehr kompliziert. Also, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wie man macht's, man macht's falsch. Wenn man versucht zu definieren, was Kurdistan ist und was Kurdistan nicht ist, irgendjemandem würde man immer auf die Füße treten. Ich plädiere dafür, das Ganze ein bisschen entspannter zu sehen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema und ein emotionales Thema, aber nicht jeder, der, sag ich mal, den vielleicht falschen Begriff oder subjektiv gesehen falschen Begriff verwendet, macht das aus böser Absicht. Und ein gutes Beispiel dafür ist eben die Verwendung von Wörtern wie Nordirak im deutschen Journalismus. Wenn Leute von Erbil, der Hauptstadt des Nordiraks sprechen oder den Kurden im Nordirak, dann ist das in den meisten Fällen, glaube ich, nicht bösartig gemeint. Da versucht man keine Arabisierungspolitik oder sowas zu betreiben oder die Kurden unsichtbar zu machen. Man tut es einfach, weil die autonome Region Kurdistan im Norden des Irak liegt und weil Leute, Deutsche, die sich vielleicht nicht mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt haben, dass die eher wissen, worum es dann geht oder dass man so den Kontext hat. Den Kontext. Und das ist, glaube ich, auch das Zauberwort für meine Verwendung, wie ich das Wort Kurdistan benutze. Es kommt ganz auf den Kontext an. Wenn ich jetzt sage, Kurdistan oder in Kurdistan leben viele Kurden, nein, dann meine ich nicht, dass Kurdistan ein unabhängiger Nationalstaat wäre. Nein, ist er nicht. Das ist einfach ein Fakt. Vielleicht wird es irgendwann kommen, weiß Gott was, aber es ist gerade nicht so. Wenn ich sage Kurdistan, dann meine ich, je nach Kontext, was anderes. Wenn ich sage, im iranischen Kurdistan leben, dann meine ich natürlich, dass die Region Kurdistan da. Und wenn ich sage, wenn ich jetzt irgendwie einen ganzen Film mache über die Situation der Kurden im Staate Irak und dann Kurdistan, Kurdistan benutze, dann meine ich die autonome Region Kurdistan im Norden des Irak. Wenn ich jetzt aber sage, in Kurdistan leben die Kurden, bla bla bla, dann meine ich die ganze Region Kurdistan, die wir ja relativ ungenau definiert unter anderem im Alexanderatlas stehen haben. Also, wenn ihr irgendwas mitnehmt von diesem Video, dann die Verwendung des Wortes Kurdistan ist wirklich kompliziert. Wie man macht, macht man es falsch. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein Kurdistan. Je nachdem, mit verschiedener Definitionen ist es was anderes und kann von Sprecher zu Sprecher auch anders interpretiert werden. Aber das bedeutet nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt auch die Frage, wo fängt Schwaben an und wo fängt Baden an. In manchen Städten ist man sich da nicht so genau sicher. Schlechtes Beispiel aus historischen Gründen. Aber es ist dasselbe. Es gibt keine genaue Begrenzung, wo Schwaben anfängt. Und trotzdem gibt es die Region Schwaben natürlich. Also würde keiner, glaube ich, wegreden, dass es das gibt. Und so ein bisschen könnte man das auch mit Kurdistan sehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, trotz des komplizierten Inhalts. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr unter diesem Video kommentiert, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr dieses Video teilt. Und natürlich ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann kriegt ihr immer mit, wenn ein neues Video online kommt. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.